Ich hoffe, ich spreche, du. Hello, Team. Yes. Yes! F***ing, wo ist die? Aber wo ist die Frau? Strob heißt die, aha. Stroboskop-Licht. Oh, die Frau ist schon mal AFK, schminkt sich wahrscheinlich noch. War das eben ein Mann, oder was? Ich dachte, dass ich randommäßig mal auf so ein zartes Geschlechtsteilchen stoße, aber nein. Es sind dann doch wieder nur diese ruppigen Herren. City, man. City? Wir haben ein Französer. Je m'appelle City. Oh, wir haben einen Deutschen. Ja, plant open. You need to plant this right here in this corner. Okay. Weißwurst. Please, be gently with me. City, man. Ähm, hallo, raste ich gleich. Just wait, just wait. City ist now. Oh, no. Kalkuliertes Risiko ist ein Risiko, das man auch eingehen kann. Was, Moba? 3, 2, 1, bumm. Oh, jetzt ist Ruhe. Check us this down. He's on headshot still. Nice. Was? Da war die Maus kurz am lecken, da hat das Bild gehangen, da war ich geblendet, da waren die Hände zu kalt. Ist nicht meine Schuld. Ich weiß nicht, was wir jetzt vorhaben. Gehen wir B? Okay, wir geben B. Die on spot. Die sauvege P. Oh, da hab ich aber ganz schön brizelig geschossen. Nope. Grandios gemeistert. Schön in den Schuss reingerannt. Ich will doch jetzt ein Female-Team haben. Hallo. Ich dachte, ich hab jetzt hier voll die weibliche Frauen-Power. Whammon-Power, dachte ich jetzt hier. Ich dachte, ich spüre sie nun. Also, geldmäßig sieht das jetzt irgendwie schlecht aus, obwohl wir doch so viel gewonnen haben. Was ist das? Wer kauft denn da jede Runde Doppel-AWP? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ist White Box still? Unconnector, White Box Unconnector. Oh nein. Guck, das ist das. Das ist das, was ich sag. Das sind die Deutsche, die auf Biegen und Brechen ihre Deutschhaftigkeit durchbiegen wollen. Er hat bei mir im Profil gelesen, dass da Heidelberg drinstehen. Damals vor kurzem im Stream drin gehabt, weil es ja immer wieder Leute gibt, die halt sich über Russen und Co. aufregen. Aber Deutsche sind meist, äh, nicht anders, ja? Guck mal, wenn ich mich angucke. I don't want this. Gut, okay. Ja, kann das wehlen, ist in Ordnung. Ah, Mitte scheint wieder was abzugehen. Aber nicht mit mir, denn ich trage meinen Namen. Hallo. Ist hier immer noch gesmoked, sag ich mal. Oh no. Ist da. Smoked B. Und ist mit? B Spot Left Side. He's low HP, 5 Wettspiel left. Der ist Ulo. Bitte, 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 bitte. Nice, sehr schön, also. Ich hab genauso viele Assists wie Kills. Ah, sehr schön. Egal, Sieg ist Sieg. Dann assistiere ich halt bis zum Sieg hin. Da spielt. Oh. Die haben wir gerochen, die Gauner. Und zum Glück hab ich diesmal den Molly erst nach dem, äh, Sichten der Feinde geworfen. Sonst hätt ich ihn in der Hand gehabt, nur die kommen. 100 pro. So wie sonst immer. Kommst mal das klingeln. Sieht ihr's down? Nice, Alter. Woo! So, assist's. Ihr holt mich nicht ein. Wer hat die Scheiße assist? Übrigens, morgen Dienstag ist wieder Livestream am 18 Uhr. Ihr wisst Bescheid, ne? Die restlichen Livestream-Zeiten steht in der Beschreibung. Oh, 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 oh. Nice, danke, bro. Das mit den Assists hab ich gar nicht so selten, weil ich halt extrem viele Utilities benutze, also halt Granaten schmeiß und dann damit oftmals ordentlich damit schmache und die Kollegen machen halt dann den Rest. Wie ist das bei euch? Nutzt ihr viele oder oft Utilities oder seid ihr da eher ganz altmodisch und, naja, ist es altmodisch, keine zu benutzen? Oder ist es einfach nur dir? Bleibt euch überlassen. Two and B, I think. Was? Two and B. Kommt, beit euch, beit euch, beit euch. Ich glaube, die waren beide auf B. Ich hab beide Steppen gehört. Das heißt, A ist frei. Jungs, macht's doch nicht so spannend. Hallo? Weißt du, sie gehen auf einen leeren Spot. Ich muss flash und smoke. Warte. Granate. Oh, shit. Jetzt kommen sie. Das hast du gerade mal davon. Du, danke. Naja, das machen sie noch. Das macht er noch. Der ist gut. Also einer wird jetzt gleich close kommen von Left Side und ihn halt klatschen. Oh, da ist er ja schon. Ach du Kacke, Alter. Kurz voll in die Hose gemacht. Nice. Okay, jetzt hat er sie eigentlich im Sack. Ah, der defused. Oh, oh, oh. Nice. Ach du Scheiße. Ich bin begeistert. Meine Damen und Herren. Three main. Au, 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 au. Maybe one forklift. Wo hab ich hingeschossen eben? Was hab ich denn getrieben? Meinst du da? Jawohl, nice man. Das war wichtig, dass der fällt. Ich sag nice man zu mir selbst. Gut gemacht, ich. Ja, ich weiß. Ich kann mich echt nicht beklagen. Das Team ist richtig bombig. Also wirklich, guck mal, konstruktive Kritik mit einem Smiley und nicht irgendwie, guys you need to push. Wie wir es halt letztes Mal hatten auf Inferno, wenn ihr euch noch dran erinnert, ne, dieser Aladdin oder wer hieß. Wir haben es ja letztes Mal schon besprochen. In Rage kriegst du nicht die Leistung hin, hast du nicht so einen klaren Kopf, wie wenn du die Rage nicht hast. Verwechselt dabei Rage bitte nicht mit Verbissenheit, denn eine gewisse Verbissenheit ist natürlich wichtig, dass man dahinter ist, ganz klar. Aber wenn man vor lauter Wut nicht mehr gerade gucken kann, dann, ja, die Wut bringt nichts. Ich hab's schon gespürt. Bisher der Dritte wäre auch schön reingegangen. Wäre der nicht so schnell gewesen wäre. Guck mal hier, wir sind wirklich dick beisammen. Gut, bis auf Stropp, der fällt irgendwie ein bisschen raus, aber von den Punkten her stehen wir alle fast gleich. Es ist echt ein angenehmes Team. Auch Stropp macht wichtige Runden oder hat schon wichtige Feuergefechte gehabt und so weiter. Geiles Team, ich kann gerne öfter kommen. Immer wenn ich so eine Runde habe, würde ich sie gerne adoptieren. Den nenne ich dann Fridolin, das ist der Haribo Bär, das ist die Samantha und das ist auch der Fridolin. Zwei Fridolins in einem Team, ihr denkt jetzt vielleicht, Daniel, 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 you can't do this, Daniel, aber doch. Und an der Stelle wieder ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer-Line. Wir haben wieder ordentlich zugelegt, das hat mich sehr gefreut. Also was heißt ordentlich? Wir haben neue Zuschauer-Lines über die letzten paar Tage, über die letzte Woche, dazubekommen. Sorry, dass gestern und vorgestern kein Video kam. Ich versuche täglich abzuloaden, aber ich habe im Moment so, so, so unglaublich wenig Zeit. So wie es halt kommt, ich nehme die Zeiten so wie es kommt. Upload-Zeiten mäßig schaue ich, dass die Videos immer um 17.45 Uhr kommen. Normalerweise schaffe ich es täglich irgendwas zu machen, selbst wenn es so eine kleine Information ist oder ein kleines Giveaway oder sonst irgendwas. Apropos Giveaway, alle aktiven Kommentarschreiber bekommen natürlich wie immer hier die Chance auf ein kleines Giveaway. Einfach, ja, aktiv sein hier unter dem Video und dann bekommt irgendjemand was Kleines, Hübsches geschenkt. War schön. So, vielleicht ist der LE langsam mal anpeilbar bei mir. Hätte vielleicht ein Uprank-Game sein können. Vielen Dank nochmal für die geschenkten Skins von gestern, Skorpion, die Macaroni, gell? Die hustle ich dick raus. In den Livestreams machen wir immer Giveaways. Also da gibt es im Moment gerade ein dickes Knife und es gibt halt immer vier Sachen. Also meistens halt vom Kaliber her sowas wie die Farmers oder die Private Saver oder eine Mortis. Oder letztens haben wir eine Paw rausgehauen. Wo ist sie denn? Sowas hier. Solche Sachen gibt es in jedem Stream. Zusätzlich noch obendrauf mit irgendeinem Blue Skinner. Also zum Beispiel dann das hier, ein Sticker, irgendeiner von denen und dann halt noch ein Graffiti hinterher. Also es gibt immer vier Gewinner oder vier Giveaways in den Streams, an denen man teilnehmen kann, indem man halt einfach den Stream schaut und dann zum richtigen Moment, wenn ich sage, hey, jetzt ist drei Minuten lang oder fünf Minuten lang ein Giveaway, dann einen Befehl eingibt für das Giveaway halt, den ich sage und ja. Die Streams sind auch unsere Zeiten, in denen wir zusammenkommen. Also als Community und gemeinsam spielen. Das heißt, da findet ihr Anschluss, wenn ihr mit mir oder mit meinen Mates und so weiter spielen möchtet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Voraus für eure Kommentare, für die Daumen und so weiter und so fort. Dankeschön. Haut ordentlich rein. Ah, tschau.